Es gibt in einer Folge um 18 Uhr den Zapfenstreik, das ist eine öffentliche Veranstaltung, wo sich auch das Bundesheer, glaube ich, der Witzsänger und Witzsängerinnen freut. Die heißt dann im Furcht Innenhof. Aber ihr könnt es noch einmal probieren mit Happy Birthday, vielleicht kommt es ja auch. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday Mr. President, Happy Birthday to you.